In diesem Video erkläre ich dir den Subjektsatz. Beginnen wir mit der Definition. Was versteht man unter einem Subjektsatz? Der Subjektsatz ist ein Nebensatz oder Gliedsatz, der aus dem Satzglied Subjekt gebildet wird und dieses ersetzt. Also statt dem Satzglied Subjekt haben wir dann einen eigenständigen Satz, der Subjektsatz genannt wird. Fragewörter identisch mit der Frage nach dem Subjekt, wer oder was. Das leitet uns direkt zu den Einleitwörtern über. Und zwar kommen auch hier die Fragewörter wer oder was vor. Also sie sind nicht nur die Fragewörter, sondern werden auch dazu verwendet, den Subjektsatz einzuleiten und dazu noch die Bindewörter das und ob. Wichtig bei der Transformation, also bei der Umwandlung vom Satzglied zum eigenständigen Satz, ist die Hinzugabe eines Prädikats. Der Subjektsatz verlangt ein Prädikat, das, weil es ein Gliedsatz ist, am Ende steht. Schauen wir uns hier gleich vier Beispiele an. Beginnen wir mit dem ersten Gliedsatz mit das. Folgendes Beispiel. Wir sehen aus dem Nomenbesuch wurde ein Verb gebildet, das hier das Prädikat am Ende des Satzes bildet. Zweite Möglichkeit, Einleitung mit dem Wort ob. Auch hier wieder zuerst der normale Satz. Ihr Erfolg ist sehr fraglich. Das Subjekt hier, ihr Erfolg. Die Umwandlung, die Transformation in den Subjektsatz, ob sie erfolgreich sein wird, Komma, ist sehr fraglich. Auch hier kommt wieder ein Prädikat am Schluss dazu, sein wird. Dann haben wir noch ein Beispiel mit den Fragewörtern wer oder was. Ursprünglicher Satz, der Klügere gibt nach. Wer oder was gibt nach. Der Klügere, das Subjekt, wird umgewandelt, eingeleitet mit dem Fragewort wer. Wer klüger ist, Komma, gibt nach. Auch hier wieder das Prädikat am Schluss, das hinzugekommen ist, ist. Und schließlich noch die vierte Möglichkeit. Ein Mitgliedsatzbildung mit dem Infinitiv. Der ursprüngliche Satz lautet hier. Deine Anwesenheit wundert uns. Wer oder was wundert uns. Deine Anwesenheit, das Subjekt, wird hier nicht ganz wortgetreu umgewandelt, weil das geht nicht immer, dich hier zu sehen, Komma, wundert uns sehr. Das war ein kurzer Überblick über die Bildung von Subjektsätzen. Das war ein kurzer Überblick über die Bildung von Subjektions. Ich hoffe,4-1-3 Einschnitt.